Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von LP Freerider 16. Ja, das Video später aber doch lade ich erst noch rauf. Hatte den ganzen Tag keine Zeit, war immer außer Haus bis auf jetzt. Haben noch schnell die Alu gemacht und ja. Naja, ich würde sagen, es geht gleich los und zwar gehe ich mal in die Gilde rein und naja, er hat mich schon die ganze Zeit angeschrieben, Alu durch, ne, weil ich war einfach nicht da. Ja, darum kommt heute auch kein Kunditagebuch Video rauf, denn da habe ich gerade mal 50 Alu gemacht und ich habe eigentlich jetzt auch keinen Bock. Ich lasse auch jetzt mal die Alu so stehen, mache keine 300 heute. Ja, so jetzt müssen wir mal anschauen, also ich bin Stufe 15, er ist auch Stufe 15, aber jetzt passt auf, er hat schon seine Alu durch und das ist hier meine letzte Quest. Eine 5-minütige Quest mit ca. 800 finde ich sehr nice, also wenn ich denke, bei einer 10-minütigen Quest bekomme ich maximal 1200 und wenn ich jetzt 5-minütige 800, 10 Minuten ist ja das Doppelte mal 2, das wären dann schon 1600 ca. Ja, aber egal, ich gehe mal in die Gilde, also ich würde jetzt mal sagen, dass ich jetzt den ersten Platz eingenommen habe, obwohl er 3 Dungeons gereinigt hat und ich 2 und ich habe noch nicht mal die ganze Ausrüstung. Ich könnte mir eigentlich was kaufen, aber heute ist nichts dabei. Naja, äh, was wollte ich machen, jetzt bin ich aber erster Platz. Jetzt wisst ihr, wieso ich erster Platz bin? Ja, Sammleralbum, ich bin auf 18%, obwohl ich heute eigentlich gar nichts gemacht habe. Und er hat, er hat aufgeholt auf 11%, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, doch jetzt. 11%, aber ich werde heute noch ca. bis 20% machen, das sind ja nur 3-4 Angriffe. Und dann habe ich auch keine Lust mehr, denn ich bin sehr müde. Ja, was gibt es noch zu sagen? Genau, die 2 Epics wisst ihr selber, ähm, da habe ich schon die bessere Waffe. Ja, genau, die Waffe habe ich in einer Quest gefunden und das war eigentlich eine ziemlich gute Quest. Die beste von allen, sogar mit Gegenstand. Dann habe ich mir gedacht, ach, egal, habe ich genommen. Ja, Trinke habe ich eigentlich auch schon ein paar gute, Glückstrank und Ausdauertrank. Jetzt fehlt nur noch der Geschicktrank. Dann könnte ich den nächsten... Nee, die letzte Quest verloren. Gibt's ja nicht. Also, Leute, ich bin gleich sprachlos wie ihr. Das gibt's doch nicht. Was für eine Kacke hier. Mann, Mann, Mann. Ha. Ja, das ärgert mich einfach. Ich bin voll... Ja. Hm. Naja, egal. Letzte Quest verloren. Ja, 27 Gold, damit kann ich schon wieder was anfangen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns bei einem weiteren Video. Euer LP, Freerider16. Ciao.